Hier oben wollte ich schon immer mal stehen auf dem vielleicht berühmtesten Felsen der Welt, auf der Loreley. Und was es mit der Loreley und dem ganzen Welterbe, oberes Mittelrheintal auf sich hat, das weiß fast niemand besser als Ute Grasmann. Schön, dass Sie hier hochgekommen sind. Warum ist die Loreley so berühmt? Es ist doch eigentlich nur ein Felsen. Ja, das geht auf Brentano zurück. Er hat vermutlich viele alte Sagen und Märchen zusammengefasst. Er hat eine Ballade geschrieben, die dann Heinrich Heine zu einem Gedicht inspiriert hat, das wir alle kennen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das hat dann 1823 Silger vertont. Und dann ging dieses Lied um die ganze Welt und es begründete den Mythos dieses Felsens und dieser Loreley in der ganzen Welt. Ist das hier wirklich so eine gefährliche Stelle? Ja, es ist die gefährlichste Stelle am ganzen Rhein. 1230 Kilometer ist der Rhein ja lang seit ein paar Monaten. Vorher war er 320 lang. Dann hat man gemerkt, das ist ein Zahlendreh. Jetzt sind wir wieder 1230 Kilometer lang. Und es ist wirklich die engste, die gefährlichste, die reißendste Stelle am ganzen Rhein. Ja, das stimmt. Und eben so passiert auch heute noch. Immer wieder Wasser erst kürzlich wieder. Wie ist das hier, wenn Sie Menschen hierher führen? Sie machen ja Führung. Was erzählen Sie denen von diesem Ort? Das ist ganz unterschiedlich, ob es Schulklassen sind oder Erwachsene. Aber wenn ich erwachsen habe, dann sage ich manchmal schon, dass Männer hier überhaupt nichts zu melden haben. Das ist ein Felsen der Frauen, der Liebe, der Gefühle. Ist die Loreley denn für Sie tatsächlich auch ein Lieblingsplatz hier am Rhein? Ja, das ist es schon. Das ist ein wunderschöner Ort mit einer uralten, jahrtausendalten Tradition. Hier mischt sich Geschichte und Geschichten. Hier kann man alles finden, was die Sehnsucht eines Menschen erträumen kann. Das ist es schon auf jeden Fall. Um die Sehnsucht noch anzuheizen, hören wir natürlich jetzt auch das Lied Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, was ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist künkt, und es dunkelt, und oh, ich fließt mir rein. Der Wimpfe des Herdes dunkelt im abendsonnenschein. Die schöne Jungfrau sitzt dort oben um der Haar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämpft ihr goldenes Paar. Sie kämpft es mit goldenem Kammer und singt ein Lied dabei. Das macht eine Wundersange, gewaltige Melodein. Die Schiffe, die Schiffe, die Schiffe, ergreift es mit wildem Wind. Er schraucht nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Hühn. Ich glaube, die Wellen verschlingen, am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihren Zähnen viel ohne Lein getan. Sie sind ja auch seit ihrer Jugend engagierte Naturschützerin, haben gerade erst vom Bundespräsidenten dafür auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist ja eine uralte Kulturlandschaft hier. Wie viel Natur ist eigentlich hier im Mittelrheintal? Also in den Felshängen haben wir noch ganz unberührte Teilhaber. Wie Sie schon sagen, das ist eine jahrtausendealte Kulturlandschaft, in der der Mensch ewig gelebt hat und die ja auch gestaltet hat. Schon die Kelten, die hier lebten, haben dieses Land ganz anders geprägt, als sie es vorgefunden haben. Trotz alledem ist die Natur hier sehr besonders, denn in der Nacheiszeit war es hier sehr warm. Da wanderten aus dem Süden Europas über die Burgunder Forte und aus dem Südosten Europas seltene Tiere und Pflanzen ein, die später wieder ausgestorben sind, aber sich hier aufgrund des Klimas, das sehr warm ist, gehalten haben. Ja, aber heute ist es nicht warm. Also das überlebt trotzdem, was es hier gibt. Was gibt es denn für Tiere und Pflanzen hier? Was ist besonders? Zum Beispiel haben wir die Smaragdeidechse, das sind so richtig große, ganz neongrüne Echsen. Oder wir haben den Felsenahorn, das sind die Bäume, die Sie hier sehen, mit diesen wunderschönen kleinen Blättern, auch französischer Ahorn genannt. Oder das Federgras aus den Steppen und weiten Südosteuropas. Also ganz viele Forschungsarbeiten werden hier geleistet, viele Universitäten haben hier Stützpunkte, viele Diplomarbeiten sind hier entstanden. Es ist schon ein ganz besonderes Stück Land. Und wie prägt diese Landschaft die Menschen? Wie sind die hier? Ja, schauen Sie, wir haben ja nicht nur eine besondere Natur, wir haben ja auch eine der größten Verbindung zwischen Nord- und Südeuropa. Überhaupt, der Rhein verbindet ja den Kontinent in seinem Fluss. Und hier sind alle Völker durchgezogen, die es Europa in Europa überhaupt gibt. Und das prägt den Menschen. Sie alle haben das Kostbarste dagelassen, was ein Mensch da lässt. Seine Genetik. Ja, und was sagen Sie, wie sind die? Fröhlich, ne? Fröhlich, wir sind fröhlich. Wir sind gewohnt, mit Fremden umzugehen. Wir sind gewohnt, wechselhaft zu sein. Einmal ist der da, einmal war der da. Wir sind gewohnt, ganz schnell auf etwas zu reagieren. Wir haben natürlich das Beste, was der Mensch braucht, meiner Meinung nach, hat und benutzen kann den Wein, der auch das Gemüt erfrischt. Warum ist das Ganze nur Welterbe geworden? Sind es die Burgen? Ist es die Natur? Ist es der Wein? Oder was sagen Sie? Ja. Alles zusammen? Es ist alles. Schauen Sie, wir haben die größte Burgen im Dicht auf der kleinsten Fläche der ganzen Welt. Wir haben eine ganz außergewöhnliche Landschaft in Mitteleuropa hier. Wir haben Geschichte und Geschichten in einer Anhäufung, die ganz selten ist. All das vermischt sich zu einer ganz einmaligen Art von Natur und Kulturerbe. Das sind wir ja auch nicht. Wir sind nicht Naturerbe, wir sind nicht Kulturerbe, wir sind Welterbe. Das beinhaltet all das gemeinsam. Und wenn hier so ein bisschen Nebel ist wie hier, dann sieht das auch noch richtig mystisch aus von hier oben, von der Lorelei. Ich danke Ihnen sehr herzlich.